wenn man nicht die schwarzen steine nehmen ja sehr schön wir haben es verloren das war schwieriger als gedacht schon wenig überrascht ok und hier haben wir jetzt eine falltür hier müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen denn ja direkt vor uns ist das secret meine ich nicht hier sondern da nicht aber hier ist es genau rein theoretisch könnten wir jetzt wieder abhauen aber dann hätten wir ja nicht wirklich das secret hier gesammelt nein hallo habe ich weiß auch nicht warum ich genau für dieses level hier die secret sammeln jedenfalls sie ist eine secret denn ich weiß nicht wo die anderen sind wusste nur von den ersten drei secrets beziehungsweise von den von dem zweiten und von dem dritten von dem ersten wusste ich ja nichts ich habe sie aus Versehen eingesammelt von daher darf ich danke das ziel ist ja sowieso nicht hier die secrets zu sammeln sondern hier das spiel durchzuspielen das sollte nicht so sein sein aber ich kann damit auch leben man sieht ja wie ich damit leben kann ich brauche definitiv 4 medikit ok was zur hölle ist hier los können wir jetzt mal hier bitte an diese blöde stange ran springen danke vielen dank okay was ist hier los ich möchte noch mal anmengen ich war hier noch nie ich sehe das hier gerade zum ersten mal ich habe wie man sieht immer das blöde spiel gewinnen können ist ja jetzt auch kein hexenwerk gewesen ich wünschte es wäre eins wenn ich wenigstens irgendwo zaubern ja ich lasse auch immer meine waffe los ok ja das ist offensichtlich was wir hier machen sollen da gibt es irgendwas tolles in dem stein und da sollen wir gleich den hammer da schwingen wenn wir den hebel betätigen dann schwingen wir den hammer kein problem habe ich doch immer wieder gern gemacht so zack hey und zack was haben wir da jetzt ha kartusche stück 1 ok das nehme ich mit cool das dürfen wir dann wahrscheinlich zusammen bauen aber kraft spielt mit lego super oder auch nicht ich merke schon das wird super hier das wird großartig oh klar ja das kann ich natürlich verstehen wenn ich hier einfach wie ein vollidiot los springe dass ich dann ich habe vergessen wie ich sehe wo die kasche hin muss aber nämlich ein schönes türchen und diesmal nicht von einem adventskalender jedenfalls gehe ich nicht davon aus dass wir hier ein adventskalender haben ist nämlich ein bisschen zu früh dafür aber sesam öffne dich das ist dein ernst das ist schon ein viertes secret dann fehlen uns ja nur noch zwei oder vier das ist sehr komisch von unterschied von ihr secret zu haben aber so sind möglich was mache ich denn da bin ich dämlich komm nein 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 wenn du schon so einen blödsinn anstellst dann kannst du dich auch da festhalten nur wenn es weniger weh tut um zwei okay also brauchen wir mindestens vier kartuschen habe ich das richtig verstanden wenn beide geteilt sind und wir nur zwei teile haben pro kartusche und wir die kartuschen nicht zweimal benutzen dürfen und wo so bitte sagen dass das kein secret ist sonst meine ich finde ich mehr secrets als ich den eigentlichen weg finde obwohl ich den eigentlichen weg finden möchte das sieht nicht gut aus ich habe angst ach nee sieht es aus wie der richtige weg alles cool alles cool es so cool ist was dann doch nicht wo haben wir den hebel hier haben wir Hunde oder wir haben keine Hunde als ob ich war mir sicher dass wir hier Hunde haben okay hier haben wir keine Hunde so wahrscheinlich wird die diese aufnahmesession aufgrund der wärme jetzt doch nicht allzu lang so wie gedacht es ist halt wirklich sehr heiß heute mach das nie wieder mach das nie wieder ach ich weiß nicht was mir mehr weh tut meine schulter meine brust mein kiefer ich war irgendwie habe ich mir alles kaputt gehauen oh gott wie zur hölle warum macht ihr das hört auf damit das ist nicht so geil geht zurück geht zurück geht zurück geht zurück oh gott und Hunde ich habe sogar die vase da hinten schon kaputt gemacht äh kombinieren mit stück 2 die barkartusche dann haben wir wahrscheinlich noch eine ec kartusche und okay hier haben wir nichts okay so ich äh habe mir heute mit abgefunden dass ich durch meine schlechten Witze in die Hölle komme also alles cool alles cool aber ist doch nicht dein ernst lass mich da hoch ist er gesoffen so wir könnten jetzt rein theoretisch da die stange da hochklettern und gucken was wir da haben oder wir begeben uns schon nach unten ich weiß nicht ich würde sagen gehen wir erst nach oben und gucken mal dass wir auch da alles wirklich geholt haben mhm ha ist das ein alternativer weg weiß nicht ob ich es riskieren will aber irgendwie schon wir speicher ich jetzt hier erstmal wie ein vollidiot ich auch wie ein vollidiot springen okay das wäre einfach nur ein alternativ weg gewesen das heißt hier gibt es nichts und wir können jetzt unsere bar kartusche einsetzen die frage ist wo klar können wir jetzt hier einfach blinde kuh spielen aber ich glaube die kommt hier rein natürlich kommt hier von hinten im ferienkampf habt ihr nie gesucht so zack ja es ist noch netter aha wie unfair möchtest du noch sein spiel ja ja muss da zur seite springen oder ich weiß es nicht ich weiß es nicht ich weiß es nicht ja ich weiß es nicht der 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 der